Heyo Leute, was geht und willkommen zur Artillerie-Wahn! Herzlich willkommen zur Artillerie-Wahn! Aua, Stiper! Zur einer Runde Battlefield, heute mit Max... Hallo! Artillerie-Wahn! Willkommen zu einer neuen Film, voll Artillerie-Wahn! Und wir spielen die alten Maps, Monte Crapper in Eroberung und... Ich laufe hier gerade ein bisschen verwirrt rum. Nein, Flugzeug, nein, Flugzeug, nein! Nein, nein, oh Mann! Red Bull Du wurde von Fairfight gebannt. Ich wurde vom Bomber gebannt, äh, getötet. Komm, Bomber gebannt! So, und damit Back to the Roots noch besser wird erstmal direkt die MP ausgepackt. Was, MP, was? Ja, die Kram-Variante MP. Oh Gott, wie heißt die? MP18 meins. Ja. Oje. Da, mein Gott! Atenari-Wari! Lass stehen, du Huren! Hallo! Ah, der wollte mich wieder einsperren, aussperren! Einaussperren, Jungen! Oh! 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 Natürlich habe ich die Panzerung getroffen! Oh! Oh! Nein! MEDIC! MEDIC! Hallo Panzer! Ich will wieder rein, ich will wieder rein, ich will wieder rein. Ich? Huh? Unfall? Durch was? Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Das soll nicht immer Suicide Squad machen. Panzer ist ausgeschaltet. Down. Nice. Ok, ich kam gerade von dir an Gina Meet, wo du es gesagt hast. Och Mann! Öh, Medic? Nein, ich bin nicht Medic. Nicht du. Oh nein, hinter mir! Mann! Gehen für ein Flugzeug, Marcel. Kaum nehme ich auf, schon spiele ich wie der letzte Vollidiot. Also wie immer quasi... Danke. War's, Marcel. Das ist aber immer so! Ich hasse es, ich nehme nie wieder auf! Ui! Ja, genau töten wir uns hier gegenseitig. Melly, komm du bist 10 Meter! Komm! Danke dir! Nein, nein! Oh, ich habe vorhin extra nicht auf Villa Perosa geschossen, weil ich von hinten ihn messern wollte. Wenn Leute fragen, warum musst du dich auf den Geschock holen? Oh, Flugzeug! Oh, Panzerwüchse! Richtiges Flugzeug? Äh, ich habe Bombers, sag ich mal so. Ja, da wart kurz bis du spawnen, ich sterbe! Ich bin schon das Wort. In dem Moment, wo du es gesagt hast. Ja, ich bin gestorben, den Augenblick. Das Problem ist nur, jetzt bist du eh vielleicht wie oft damit und ich kann nicht direkt instant spawnen. Und da ist bestimmt eh wieder alles voll. Ne, noch leer. Ne, jetzt bist du unter Beschuss. Ui! Von der Flak und ein Ankerflugzeug. Unser Flugzeug sehe ich nicht, na? Der C ist wieder und bin nach vorne umgestiegen. Ist ganz klar, dass wir gleich raus müssen? Na egal, ich sterbe mit dir, Monster. Ja gut, jetzt aussteigen wäre eh dumm. Flieg mal hin an den Berg da. Über den Wolken. Na 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 na. Lass die Feuer durch Grenzen los sein. Oh, ich habe sogar Feinde getroffen. Und wie war dein Tag heute so? Was hast du zu Mittag gehabt? Dasselbe wie gestern. Leberkäse. Alter. Jetzt sind die Zuschauer ja auch voll. Was hast du gestern gehabt? Ich wusste. Oh! Du! Du! Du bist gerade ausgestiegen. Nee. Ein Panzerino. In der Tat. Oh, shit. Natürlich hat der Medic wieder überlebt. Mit einem HP. Mit einem HP. Mit mir schon seit 99 Schaden gemacht. Ich treffe einfach gerade gar nichts. Das ist echt nicht mal ne Runde. Ja, aber bei mir ist es immer ne Aufnahme. Das regt mich am meisten auf. Ja, ne Aufnahme sind mir immer alle schlecht bei dir. Danke. Aus dem zu unserer Entschuldigung haben wir heute vier Battle Crowns gespielt. Den holen wir. Oh Gott, wo fliegst du denn? Da war ein Flugzeug vor uns. Ja, den hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, wie fliegt denn der auf einmal? Yeah, endlich mal zwei Kills. Nach fünf Stunden. Ich hab bis jetzt auch nur zwei. Drei. Mann, den wo du gerade geholt hast, hätte ich geholt. Pilot ausgescheiden, easy. Äh, da war ein Bomberjäger. Was sagst du? Da war gerade ein Bomberjäger und uns trifft irgendwas fettes. Kassier wieder auf einmal raus. Oh, was ist dein Bomberjäger? Das Rücken bringt echt viele Punkte, das ich mal früher machen soll. In der Tat. Das sag ich heute zum zweiten Mal schon. Ja, in der Tat. Oh Gott. Marcel, mach was draus. Ich hab nichts getroffen. Eis auf. Mann, ich hab keinen Lack heute mehr. Das Flugzeug klingt sehr gesund. Passt schon. Ne, mein ich ernst. Liegt doch angenehm. So ein bisschen Tempo rausnehmen. Ich glaube, das liegt einfach an der Map. Bei den österreichischen Maps sind ich ehembar scheiße. Ja, besser wie bei Sinai. Sinai bin ich eigentlich halbwegs okay. Ja, du. Ja, du, ich. So, wo fliegen wir denn hin? See, komm, wir fliegen in den Tunnel. Ob der Mama lebt? Hab ich ihn? Hoffe ich. Ich glaube, ich gehirrse bekommen hab. Nein, ich schon wieder. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das hört sich an wie ein Formel-1-Auto da hinten. Freck doch mal endlich. Ich geh hinten rein. Okay. Das sieht ein bisschen schlecht aus um uns. Oh Gott. Oh Gott, 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 Gott. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Fickt euch alle ins Knie. Ey, ne. Ganz ehrlich, ey. So ne Fickscheiße schon wieder. Hahaha, ist witzig. Ja, ich find's lustig, dass ich auch wächst. Steen und tun dein Flugzeug abladen. Abladen? Nicht so lange hier noch der Bomberkiller unterwegs ist, Marcel. Ja, ist abgeschützt. Mann. Ich find's eher traurig, dass du mir den Tod gewünscht hast. Was sagst du? Ich find's eher traurig, dass du mir den Tod gewünscht hast. Ne. Doch, mit dem Flugzeug. Ich der, ey, rumspiele, weil ich den scheiß Platz wieder hatte, weil ich dir helfen wollte. Ja, muss man halt damit leben. Ja, nächstes Mal wechsle ich nicht mehr am Platz, egal ob mir absteht. Ja, aber dann wechsle ich den Platz an einen Pilot. Was ist besser? Ja. Ja, was ist besser? Ja, das ist besser. Wow. Jo, noch einige Kills geholt. Danke dafür. Ja, warst du nicht gerade bei mir? Nein, da war einer zu viel. Okay, da waren drei zu viel. Das ist ja scheiß Smoke-Cranet. Aber ich nehm jetzt was Interessanteres, nehm jetzt ein Angriffslugzeug. Wow. Ja, immer nur das gleiche zeigen mit dem Bomber ist auch lame. Aber auf jeden Fall ein Feindling Bomber. Wir können uns ja angreifen, wenn er nach uns. Oh, 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 oh. Da sind wir unserer Villa Parosa angeschossen. Nein, was soll? Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Komm, ich nehm jetzt Bomberkirche in der Luftkamp. Ja, komm, ich geh heute mal auf Flugzeug. Ich hab mal Bock darauf. So, Bomber, du bist verrecken. Ein P-18 läuft. Okay, ich geh doch auf den Bomber. Auf die Bomber, würd ich sagen. Zwei. Nice. Ich hab zwar nichts gemacht, aber... Ein bisschen daheim hergeflogen. Ja, hab ich nichts gesagt. Er abgestürzt ist. Einer ist noch. Und ein anderes Flugzeug. Ja, das andere Flugzeug bin ich grad hinten dran. Wenn du mir sagen kannst, wo der Bomber ist, gern. Feindliches Flugzeug gesichtet. Keine Ahnung, wo der grad ist. Ich glaub, der ist grad reparieren hinterm Berg. Zack. Wer auch immer sind. Wo du im Abhälter. Ja, ich hab grad den, den kleinen Fliegerhut. Ja, ausgeschaltet. Nice. Ciao. Ich seh jetzt grad den anderen Bomber nicht mehr. Abgestürzt. Der, der andere Bomber liegt hier hinterm Berg. Tot. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Hahahaha. Ich hab zehn Kilometer No-Scope mit dem letzten Revolver-Schusschen geholt. Aber dann gestorben. Egal. Feindliches Flugzeug. Ich hab über 100 Meter mit der MP-18-Solo geschossen, da hab ich noch zweimal No-Scope mit dem Revolver-Schusschen. Der war tot. Wie geil. Ciao Flugzeug. Wenn du irgendwo am Flugzeug gesichtigst, das zeigt mir grad, bei welchem Punkt du bist. BALA! Ja, dann sag ich dir Bescheid. Ja. Ah, ich hab eins gefunden. Das ist aber grad abgestürzt. Oh, frontal in einen reingeflogen. Demodisch. Natürlich, tut er auf mich schießen. Vor mir waren noch zwei Leute. Warum schießt er auf mich? Da ist Gas. Da ist Feuer. Lockiert mich doch nicht alle, ich bin fast tot. Irgendwann krieg ich dich. Ach du Scheiße. Ein Geschwader auf dem Fahrt. Generieren wir mal gut. Danke Spiel. Da kommt ein ganzes Schwader. Ich geh auf die Bomber. Das ist grad über B geflogen. Was trifft mich? Dreht und fliegt wieder auf B. Nein, Flak, 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 Flak. Oh, da muss ich mich doch flaxen. Vor allem ist es Flak an Zeneri-Bahn. Das sind doch fünf Medics. Danke. Der fünfte hat es dann übrigens hingekriegt, mich zu heilen. Bleib da! Nein! Wieder Bomber auf See fliegen. Der scheiß Artillerie-Wahn, den hole ich mir. Der hat ne Flak. nein 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 sitten oh das Feuer tat weh, das Feuer tat weh, das tatsache weh als ob hier noch eine Feuergranate dik H failed Ich hör dich, Alter. Ich hör dich. Hä, Balla? Wo kommst du denn da oben wieder her? Aua, 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 aua. Boah, du müsstest sehen, was hier gerade abgeht, äh. Ich sehe, was hier abgeht. Bei mir. Siehst du das? Nein, ich hab ja gerade andere Probleme. Hier unten truppt gerade der 50. Weltkrieg. Feindlicher Panzer gesichtet. Ich hab gerne Zeit, um zu gucken, was bei dir abgeht. Okay, drei Flugzeuger. Nehme ich mal eins. Feindlicher Panzer in Sicht. Hä? Hä? Ja, genau. Don't check. Panzer gesichtet. Okay. Hahaha. Hahaha. Wie kann man im Chat schreiben? An enemy airship is en route. Mit J. Ja, wieder mein Vieh kaputt gegangen. Wie geil war das denn, bitte. Hahaha. Oh, ich werd mir... Ja, genau. Nehme auch noch. Ich werd mir den holen, ey. Ich werd mir den so holen. Ja, wow. Ja, wow. Fiegt euch alle ins Knie. Die haben jetzt ein Luftschampf? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Nehmen wir, Sir. Komm, ja. Da ist ein Artilleriewagen. Den holen wir. Den bauen wir ab. Wo ist das denn? Psst. Wir müssen auf die Pirsch. Wo denn? Weiß ich nicht. Der müsste da hinten bei der Pirsch sein. Ne, da hinten schießt er ja. Feindlicher Panzer. Ich hab ihn gefunden. Erstmal Granate. Ich hab ihn aufgelenkt. Ausgeschaltet. Ich werd jetzt doch sterben. Ich hab's gerade noch ins Karpfgebiet und geklappt. Ich bin tot. Hahaha. Das war... Das war... Als ob's geklappt hat. Das war mit Abstand die geilste Aktion in meinem Abflug. Ich bin in der nächsten Sekunde mit 24 eben wieder in die Map gekommen. Ich warte jetzt ganz kurz bis zum Flugzeug kommt. Ich muss eh erst runterkommen gerade. Das war geil. Vor allem, ich hab den gerade 5 Minuten abgelenkt. Den holen wir uns. Hahaha. So, Angriffslugzeug bitte. Luftknacker. Als ob da einer lag auf dem Boden. Hallo Panzer. Tschüss Panzer. Oh mein Gott, ey. Du musstest das in der Folge sehen. Wie geil das einfach war. Was? Das... Jetzt nicht das wir gerade gemacht haben, sondern das was vorher noch mit dem war. Hat der mal wieder auf dich geschossen? Der hat auf dich geschossen. Der hat auf dich geschossen. Hast du dich repariert oder was? Nicht ganz, aber dann muss ich mich vertreten. Weißt du, ich bin bei dir noch im Flugzeug gespawnt, wo du abgestürzt bist. Nein, nein, fuck. Als ob da jetzt scheiß Angriffflugzeug sind mit der Müller. Komm schnell, nimm D ein, dann kann ich auch ein Flugzeug vielleicht ergattern. Danke. 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 Außerdem bist du doch gut für deine Aufnahmen, 7 zu 9. Ja, geht. Von den Punkten her und allem ist jetzt nicht mein Bestrund. Ich bin eigentlich besser. Das, was gerade war... Nein, ich wollte das Luftschiff holen, indem ich reinfliege. Oh Gott, jetzt nur aufs Normalkampf fällt mir. Warum? Ja, ich brauche mal richtige Gegner, weil gerade eben, ich habe 5 oder 10 Minuten... Alter. Ich habe gerade ungefähr 5 Minuten mit diesem Artillerie-Wahn gezockt, äh, gespielt. Gezockt? Ja. Gegen ihm gespielt. Da kann man ja bekanntlicherweise keine Punkte machen. Alter. Wallah. 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 Kann Ihnen einen holen, ich habe einen, 90 Schaden gemacht. Danke. wie schlecht war denn der putter und dragon auf die reichweite mit visier gegen meine scheiß waffe und einfach rote ab mario du hast geschützt genommen bin zwar gestorben hat einen noch holen ja ich habe es wahrscheinlich noch nicht mal mehr zu spawnen ich auch nicht ich habe zwar so wenig punkte aber es war so lustig und gerade noch gesprochen habe noch 100 punkte gekriegt und damit bedanke ich mich als ob du 22 da bist ich habe wie gesagt ich habe acht minuten keine punkte holen können aber das was mir wert ist was mir einfach voll wert jetzt kannst du zeigen was du kannst weiter akon automatik erst mal gucken ob wir noch bellpack haben in dieser folge und dann dafür fürs zuschauen bis zum nächsten mal wieder bis dann